Oh! Hat der Maul! Was? Wie ich tu das? Klingt das widerlich! Ah! Links! Aha! Ich gehe rechts. Habt ihr das auch, dass wenn ihr Horrorspiegel... Hier wird der Gang auch noch eckig. Ich mein, rund ist ja schon noch... Ist ja noch ne recht freundliche Form, aber eckig ist ja fast wie... Wie... Also... Hm. Man könnte meinen, Hitler hat das entworfen. Geil, Mann. Jetzt finde ich so'n... So'n brennenden Penner, der meinen Hund fickt. Super. Black Studios. Feeling safe isn't a feeling that you can feel. The janitor. This game you... Ich hab's auch. Okay. Ich werd's schon nicht ausmachen. Lost in... Vivo. Ah... Ah... Ah no... Ah... Leute, an der Stelle... Was geht bei euch? Ich hab... Kippt auf jeden Fall! Jetzt schon mal einen Daumen nach oben! Bevor ich's vergesse zu sagen. Ich hab's letztens ja davon gehabt, ne, das... Oh, das sieht nicht schlecht aus. Das mit dem Daumen. Und einige von euch haben mir geschrieben, dass sie's einfach vergessen! Ich versuch's ja eh immer öfter oder immer wieder zu sagen, aber es kommt einem immer wie Battle-Life vor oder sowas. Aber ihr wisst doch, dass es für mich eigentlich jetzt... Also... Ohohohohohohh! Ohohohohohoh! Dass ich nicht so bin, oder? Hopp, ihr kennt mich. Deswegen bin ich doch auch, deswegen habe ich doch auch so schöne Füße. Free Willy. Ich sehe es vor mir. Ich sehe es vor mir, wenn ich hier einen Stuhl hinstelle und hier einen Tisch. Es ist ja richtig heimelig. Das ist dann mein Fenster. Das ist mein Bild. Und das da oben ist mein Licht. Ich muss durch die Kacke laufen. Baaah. Komm, wir gehen mal ganz an den Rand, dass es uns nicht so denkt, den Kot in die Schuhe spült. Kann man auch rennen? Ja, man kann rennen. Das heißt, wir können... Wir können auch vor etwas davonrennen. Nein. Hat dein Mund. Ist das eklig, ne? Ist das eklig? Es ist mir schon wieder zu eklig hier, Leute. Es ist mir schon wieder zu eklig. Du, ne? So sind... Abwasserkanäle gar nicht. Ihr Fick-Barone. Wisst ihr, ich war ja mal... Ich habe ja mal... Und es ist tatsächlich so. Nur, dass ihr das wisst. Hallo? Ich habe meine Kontaktdessen fallen lassen. Hallo, könnt ihr mir helfen? Da ist ja niemand. Ach, ihr macht mir vielleicht Angst, ihr Grasdackel. Easy, Mann. Aber trotzdem. Ich habe das... Ich habe es im Morin, Mann. Das gibt... Ah! Press Space to Whistle. Du, das muss gar nicht sein. Ah! Hündi! Haben Sie meinen Hund gesehen? Entschuldigung! Oh Gott, das ist ewig schwarz da hinten. Okay, da ist zu. Der Hund! Ich habe ihn gehört! Hundisch, komm! Ich habe leckere, Leckerlis... Leckere, Leckerlis? Sag mir das so überhaupt? Oh, nee. Wo bist du, Hund? Ach, fuck, rechts. Wir gehen erstmal in die andere Richtung. Nur, um sicher zu gehen, dass hier nichts ist, das uns irgendwie von hinten so ganz leicht den Anus zusammenzwickt. Müsst ihr einfach den Arsch zusammengenäht, ohne dass man es merkt. So, zack, hoppala, dumm gelaufen. Wisst ihr, was meine Kumpels früher gemacht haben, was mir jetzt gerade so einfällt? Das haben sie mir erzählt. Ich konnte es nie auf Wahrheit prüfen. Zum Glück. Sie haben gesagt, auf einer LAN-Party, auf der sie mal waren, haben sie jemandem, der eingeschlafen ist. Erstens, wie immer, das Gesicht angemalt. Ja, das macht man so, natürlich. Ist logisch. Und dann... Und jetzt kommt's. Wartet kurz. Ah, links! Aha! Ich gehe rechts. Und dann haben sie ihm Zahnpasta zwischen die Arschbacken geschmiert. Ich weiß, es klingt ein bisschen gay. Ich war nicht dabei. Und sie haben gemeint, das wäre halt voll lustig gewesen. Er ist morgens aufgestanden, aufgestiegen und hätte sich versucht zu bewegen. Und es hätte dann irgendwie die Arschhaare... Insofern er überhaupt Arschhaare hat in dem Alter. Ich weiß es ja nicht, was... Kinder. Kinder und ihre Flunkereien. Gerade Jungs sind da ja ganz oben mit dabei. Komm, wir hören nochmal rein. Ja, ja, super. Das ist doch gleich wieder eine richtig harte Fickung, die uns hier bevorsteht. Ah! Aha. Ah! Immer wenn man so um die Ecke schaut, man schaut in den einen Gang, aber es gibt noch einen zweiten, dann denkt man sich jedes Mal, es steht genau hinter mir! Ohoho! Und keult sich gerade ein. So wie diesen Film. Zwei Leute unterhalten sich und gucken sich an. Der eine sagt, du, ich hab voll Angst vor Haien, weißt du? Und der Hund erzählt immer weiter über Haie und der andere macht... Und dann ist man tot. So ist es hier auch. So, der verschissene Hund, Mann. Ich komm jetzt... Habt ihr das auch, dass wir in die Horrorspiele... Hier wird der Gang auch noch eckig. Ich mein, rund ist ja schon noch... Ist ja noch eine recht freundliche Form, aber eckig ist ja fast wie... Also... Hm. Man könnte meinen, Hitler hat das entworfen. Natürlich muss er da drin bellen. Natürlich. Warum auch nicht, scheiß Hund. Du musst unbedingt jetzt hier drin in deinem... In dem Verschiff... Wie komm... Warum macht das ein Hund überhaupt? Warum laufen... Ah! Warum laufen Hunde überhaupt davon? Hunde sind doch immer so treu. Fuck. Fuck. Was? Bist du das? Klingt das widerlich. Latte. Äh, Tattel. 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 Latte. Mit nem Penis. What's a Penis? Kojima. Öh, Kojima! Oh mein Gott! Half-Life confirmed! Hat... Ist nicht dieser eine... Öh... Ist nicht dieser eine Mensch von Kojima oder wer das war? Dieser... Egal. Der Ping oder der Pong. Oh Gott, war das rassistisch. Ähm. Bei Valve gewesen. Und alle haben gesagt. Alter, krass. Gaben holt sich Hilfe bei Half-Life 3. Wir... Whistlen erst mal. Aha, okay. Ich hab verstanden. Leute, übrigens. Habt ihr euch dieses Neighbor-Video angeschaut? Das... Irgendwann kam? Das ist vielleicht ein geiles Spiel. Davon muss ich mir unbedingt die Vollversion holen. Wenn es das irgendwann... Gibt. Oh fuck. Hund, sei bitte... Bei mir. Ach, links? Gut, gut. Ich geh erst mal rechts. Ich bin erst mal rechts gegangen. Oh, scheiße. Was ich vorhin sagen wollte. Habt ihr das auch bei so Horrorspielen, dass... Dass ihr... Ihr merkt, ihr müsst euch räuspern oder ihr müsst, äh... Schlucken. Dass ihr dann denkt, fuck, ich mach das jetzt noch, bevor ich um die Ecke gehe. Bevor ich mich verschlucke oder sowas. Oder bevor ich anfange zu kotzen, obwohl ich mich nur räuspern wollte. So vor Schreck. Das ist ja wirklich ein wunderschönes Spiel, ne? Ich find's. Es ist so einfach, aber doch so gruselig. Hund, ah. Pass auf, jetzt ist er hinter mir. Dann würde ich echt Schiss. Wenn er rechts wäre. Oh, nein. Da hab ich aber noch mehr Schiss. Das ist ja noch schlimmer. Wisst ihr, ich dachte, okay, der Hund bellt jetzt hier und ich muss zurücklaufen. Was schon irgendwie eklig wäre. Aber es peifft jemand zurück. Ne. Ne. Ach was, da müssen wir ran. Pfeifst du jetzt nochmal, du... Du Hund, wollte ich schon sagen. Aber es ist ja eigentlich... Oh, ne. Das muss jetzt einfach nicht sein. Geil, Mann. Jetzt find ich so einen... So einen brennenden Penner, der meinen Hund fickt. Super. Wir hören nochmal rein. Nichts. Der Hund bellt nicht mehr. Es pfeift niemand mehr. Ich bin geliefert. Ein Gang mit ganz vielen Lichtern. Ich werd gleich so gefickt. Ich petz jetzt schon meine Arschbacken zusammen. Das wird so eine richtig brutale... Brutale Schändung meinerseits. Oh nein. Das ist eine Katze. Ach, das ist süß. Me. Oh, da hat jemand gemeint, dass er eine Katze ist. War bestimmt eine Frau. Wie früher bei diesen ganzen Filmen immer die Mädchen, oder? Wenn sie Hannah Montana geguckt haben oder irgendwas. Oder Jurassic Park. Wer bist du? Ich bin die mit den langen, blonden Haaren. Okay. Und die Jungs dachten sich... Wer kennt eine Sorge, willst du sein? Der Große oder... Der ganz Große. So. Eben dachte ich... Oh nein. So viele auf einmal Gänge, Wege, äh... Links... Oh, das ist ja gerade mal gemütlich da, ne? Ähm. Alter. Was liegt denn da drin? Hat da jemand den Fernseher mit seinem Hirn eingeschlagen und das drin gelassen? Das ist ja fast so wie bei RTL, Mensch, ey. Ah, nee, oder? Gut, ach Gott, ich hab gerade mal ein bisschen Angst mit dem Spiel da. Ein Hammer! Folgende Prophezeiung. Ich komm jetzt da hin. Irgendjemand kommt ganz langsam angeschlurft. Nimmt den Hammer. Und... Ihr könnt euch denken, was da passiert. Geil, Mann. So kleine, kleine Räume. Ja, das liebe ich ja. Zu beiden Seiten, ne? Und man dreht sich wie so ein Hund und diese... Und diese... Ah! Und diese... Ah! Und diese Foff-Dinge. So ultra gefofft wie Field of View. Lovecraft! Oh, das ist doch... Tschä! Kannst du mal zurückjaulen jetzt. Okay. Ich picke ihn jetzt ab. Oh mein Gott. Ich finde, das Spiel hat auch einen extrem interessanten, ähm, Style. So wie das gemacht hat. Es sieht so pixellig und pimmelig aus. Aber dann ist es doch irgendwie... Geil. Und auch so ein bisschen erotisch. Ich hab so einen leichten Lusttropfen. Vergessen wir das. Wir gehen jetzt mal... Wir peifen mal noch mal. Komm. Ich hab die leichte, aber harte Befürchtung. Oh! Halt dein Maul hinter mir! Oh! Ach, Hund! Nägel! Ah! Oh nein, er ist... Er ist ohne seine Beine zu bewegen nach hinten gelaufen. Alter, das sind diese... Ich hab grad voll die Gänsehaut, ne? Das sind diese ganz berühmten. Das sind so... Michael Jackson nennt man die. Die sind enorm. Delight. I gave my eyes to the devil. Schade. Die Gravities haben mich immer so ein bisschen... Ähm... Oh! Halt dein Maul! Ich bin nicht jung! Du leutiges... Kind! Deine... Hör auf, die Wand zu... Oh! Sieht man das? Ich hab grad voll die Gänsehaut! Vor allem, weil einfach... Ehe? Höh! Oh! Bröckel! Was hab ich gemacht? Ich muss mich bei der... Bei der Polizei stellen. Wie eklig das alles hier ist. Die Geräusche, als wenn jemand... Ich weiß auch nicht... In Apfelmus sich da eine Faust reinquetscht. Oder... Bei einer... Können wir das nachvollziehen? Leute, wenn euch das Video gefällt, okay? Weil ich... Ich find, das läuft grad voll. Ich find das... Ich hab grad einen richtig guten... Ding! Ja? Dann teilt das, okay? Teilt das, Mann! Na! Das Video geht viral! Wisch! Und dann nach 24 Stunden Uploadzeit 50 Aufrufe. Ist schon hart, ne? Die Horrorsachen gehen so schlecht bei mir auf dem Kanal. Ich weiß, ihr habt Angst. Ich weiß. Einige von euch haben Angst. Aber ich hab doch einen Hammer. Regt euch doch ab, ich hab einen Hammer. Es ist gut. Das ist vielleicht ein widerliches Level hier. Okay. Komm her. Komm her. Get it on! Come on! Hit me! Ah! Nein. Nein, ich will nach Hause. Mah... Panzer! Ah! 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 T-b-b-b-b-a! Schu-ba-da! Schu-ba! Hund! Komm, meld dich! Boah, die Musik, die packt mich immer, so was. So Spielmusik, die reißt mich mit. Die zerrt mich mit. Bah, hier könnte man auf jeden Fall wieder Unkraut jäten. Das ist richtig eklig hier unten, ja. Wenn Tine Wittler hierher kommt und es so aussieht, die fängt gar nicht erst an, irgendwas schön zu machen. Die geht direkt wieder. Die geht direkt wieder. Komm her, Mann. Komm her. Hört mich. Oh nein, ganz langer Gang. Ah. Ah. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Mach ruhig dein Kram allein. Ich gehe dann mal weiter. Äh. Äh. Okay. Ich will bitte in die hellen Räume, bitte. Kann ich bitte einmal kurz in die hellen Räume gehen? Oh nein. Nein. Ich bin langsam. Okay. Was passiert denn hier, Mann? Ja, da ist Licht. Lauf, lauf, lauf. Okay. 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 Curtis ist anscheinend hier gestorben. The visions bothered me. So I took them at a bit they still worked. I could still see. So I ate them to make it stop, but they're still working. Please help. Help me. Curtis was tut es. Geht's dir nicht gut? Ah. Ein riesiger Haufen Scheiße einfach hier auf dem Boden. Widerlich. All hope abandoned. Yeah. Who enter in. Okay. Ich konnte einfach im Stand hier reingehen. Das ist ja wohl eine Frechheit. Das ist ja schon fast, äh, Rufmord. Hund, kannst du... Ich hab den Hund komplett aus den Augen verloren. Hund? Der Hund ist überhaupt gar kein... Ist überhaupt gar nicht mehr irgendwie die... Alter, hier sind Schweine. Ich muss keine Angst vor Alligatoren haben. Hier sind Schweinen hier unten. Ah. Sehr gut. Ich will auf jeden Fall eine Wand im Rücken haben, wenn mich gleich irgend so ein Viech anspringt und mich kaputt rammeln will. Okay. 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 Hund, wo bist du? Du dumm Goop. Spike. Come here. Spike. Killer. Wie kann ein Spiel das so einfach gemacht, dass es nur so viel Angst machen? Bin ich a Pussy oder bin ich... Ja. Tschüss, du blöder Schacht. Ich gehe jetzt ins Leben zurück. Oh, fuck. Das ist doch kein... Das ist doch nicht schön. Aber das ist doch gerade Mollefrechheit, oder? Dude, I'm scared. I'm fucking scared.